Dann begrüße ich euch zur Pressekonferenz nach dem Basketballspiel der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen Rasta-Vechta und den Hackro Merlins Kreisheim. Endergebnis 95 zu 92 für Rasta-Vechta. Ich begrüße die beiden Coaches, zu meiner rechten aus Kreisheim Thomas Isalo und zu meiner linken Pedro Callez, unseren Coach, und bitte zunächst den Trainer der Kreisheimer um ein Statement. Herzlichen Glückwunsch zu Pedro und seinem Team, nicht nur für den Wunnen heute, sondern für eine bereits excellente Saison. Ich schaue meine Hände zu Pedro, es war nicht eine easy Situation. In der Beginn, wir gesprochen haben ein wenig nach dem ersten Spiel, wir waren in eine sehr ähnliche Situation. In der Zeit, die Reise gingen in verschiedene Direktionen, aber er hat ein sehr wunderbares Job und ist meine klare Selektion für Coach des Jahres mit dem Job er hat. Über die Spiel, heute, ich fühle mich, besonders in der zweiten Halten, wir starten, let's review quarter by quarter, Wir starten wirklich gut, offensivistisch und executionen-weise. Wir konnten unsere Weg in eine sehr gute Situation gegen die aggressiven Defensive von Fechta, das ist sehr bekannt in der Liga, bis jetzt. Und dann, wir struggled mit unserer Transition-Defensive. Ich glaube, Fechta hatte 12 fast-break-points in der ersten Halten, 8 second-chance-points aus 50. Das ist 20-point, das war way zu viel, aber wir haben eine sehr gute Arbeit in der zweiten Halten. Die Leute haben wirklich nachher nach dem Spiel gegessen. Es ist sehr schwer für mich zu fragen, dass die Leute, die Leute, die alles, die sie können können. Und die Dice ist einfach nicht in der richtige Richtung. Wir hatten so viele geschlossen, wie diese Spiel, und wir haben einen tollen Blick. In der Ende, es ist ein 50-percentes Shot, es ist ein coin-flip, um uns zu weitermachen oder nicht. Du hast das immer in dieser Situation, und wir haben einen der besten Shooter in der Liga, die diesen Schuss genommen haben. Also, ich will nichts über das verändern. Unfortunately, das Ergebnis war nicht heute, was wir hierher gekommen sind, oder was wir hierher gekommen sind, nach dem langen Tag. So, once more, congratulations zu Fechta. Vielen Dank, thank you for... Und Pedro, auch ein Statement von dir. Thank you, Coach Thomas, for your words. I really appreciate it. About the game, we won the game, but Karsheim dictate the game more than us. The game has been playing more into the Karsheim strength than into the Fechta strength. Defensively, in the first quarter, we have to make adjustments with the pick-and-roll defense, because they found wide-open shots, rolling all the way into the paint with the game. So, we have to isolate a little bit more the pick-and-roll and to force them to play more one-on-one. I think it helped us a little bit to slow them down. But then, okay, slowly but slowly, we got under control with the game. But then, in the last minute, when we were six points up, I think that we gave them a chance to get back into the game. And for us, tonight, the ball didn't get in in the last possession, and this is part of this business. We are glad with the win. Maybe, not necessarily, it wasn't our best game, but one more time, under the circumstances that we had, with some guys out and playing with a lot of pain or going through the limit, and I really appreciate the way that these guys come to play and to fight tonight one more time. Ja, vielen Dank auch an dich, Petro. Und so bleibt uns den Kreisheimer eine gute Heimreise für den doch langen Weg auch. Und noch, good luck for the last three matches.